Hallo, hier ist wieder eure Daniela. Heute wollen wir euch zeigen, wie man ein fantastisches Stil von Karne zaubert. Und daher braucht man folgende Zutaten. Hier haben wir einmal Rinderhack, aber man kann auch halb-halb nehmen. Dann braucht man natürlich eine Zwiebel und drei Knochen Lauchzehen. Man braucht drei Paprika, man braucht Mais und Bohnen. Ansonsten haben wir hier Tomatenmark und geschälte Tomaten. Und wir haben hier noch Japanelus. An Gewürzen braucht man Pimento, das ist so eine pikante, gemahlene Paprika. Dann natürlich Tabasco und Salz und Pfeffer. Also vorbereiten macht das die Laura, weil die kriegt das Schädel besser hin wie ich. Die macht das ganz fantastisch. Und daher kommentiere ich nur das Video. Wir zeigen gleich, was sie alles macht. Also erstmal muss man natürlich alles klein schnippeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.